Okay, wir sind wieder online. Heute ist der Tag, Leute. Hassan kommt wie üblich um 16.30 Uhr. Wie ihr wisst, reist er mit sechs Mann Gefolge. Zwei bleiben beim Fahrzeug, vier gehen ins Hotel. Einer bleibt in der Lobby, einer in der Nähe des Aufzugs. Ein Typ vor der Tür, einer im Zimmer. Dort holt ihr ihn euch. Ihr habt vier Minuten zum Wagen zu kommen und abzuhauen. Fragen? Pass Hassan in den Kofferraum? Hm, go out as well. Mother! Bleib dran! Recher los! Mother! Jussi ins Auto und fahr! Ich hab deine Route! Roger, Dusty! Bin in der Garage! War gar nicht so schlimm. War wie Bäsche abholen. Dusty, wir sind unterwegs. Hab Hassan was gesagt? Ja, das war's schon. Ich hab auch sein Handy und seinen Laptop. Was ist in dem Hotel los? Security kommt. So, na denn, wollen wir mal. Dusty, bist du da? Roger, dann muss ich den Netz auf der Fernzug erfalten. Ich stelle die Verbindung mit meinem Handy her. Wir sehen die Daten später durch. Schauen wir uns so viel wir können. Roger. Kontakt, den Kalender reisen. Alles wirst du finden. Verstanden. So, und nun? Du musst wann hin? Roger, aber in Dubai. Schlängel dich durch. Äh, ja. Wenn du mir sagst, wo ich hin muss. Neue Gefahr einfach mal. Schütze, lass nie mehr zum Teufel ist das. Oh, hallo. Das ist Hassan Security, die Beeilung. Ja, die Kiste fährt mich schneller. Dusty, rede mit uns. Wir können den Kerl nicht abhängen. Dusty, wo bist du? Ich will hier suchen, eine neue Route. Sechs Blocks. Ich brauch eine Straße, Bruder. Schnell. All Rigger Road, du musst diese Typen abhängen. Dusty, du bist drin. Uplink steht. Das ist ein Scherz, oder? Er greift an. Oh, hey. Er will uns den Weg abschneiden. Ja, ja. Lass ihn nicht vorbei. Er war schon vorbei. Zwei Autos kommen brutal. Ähm, ja. Kommen sie. Steht ein bisschen ungünstig. Huh, Entschuldigung. Muss durch. So, Feuer. Da kommt der Rechtskunde. Danke. Die habe ich schon gesehen. Verdammt, da kommt noch mehr. Jo. Die Karre ist heiß wie eine Dritte in der Sonne. Okay. Was sagst du? Muss hier durch. Okay. Rechts, rechts. Seid rechts. Und fahr ihn. Fahr hier einfach mal weiter. Hehe. Oh, das war falsch. Scheiße. Jimm. Da kommt noch ein Auto. Verstanden. So, jetzt müssen wir oben rechts fahren, sagt er. Man, die Kiste ist aber hoch labil, Junge. Meine Herren geschwonnen. Er ist neben dir. Ja, ja. Lass dich von ihm nicht aufhalten. Nö. So, hier muss er drin. Lass dich von dir fahren auf die Shakespeare jetzt. Dort können wir sie abhängen. Und tschüss. Und tschüss. So, ordentlich. Jassim hier. Bäm, Alter. Bäm. Machst du nichts mehr. Das war total cool. Bäm. Das ist ohne einer. Ja, ja. Ja. Wie ein Stress, Alter. Ja, vor mir. Bäm, Alter. Jawoll. Hab ihn. Ja, zwei Autos vor uns gehen. Gib die Ausfahrt nach halb Dubai, da vorn. Was ist der Ausfahrt? Reacher bleibt rechts. Okay, ich sehe es. Noch 200 Meter rechts. Bäm. Reacher runter da. Ja. Wo muss ich denn hin? Hier lang? So, safe. Fahr vorsichtig, Mama. Du hast gesellschaften. Banker mit so viel Security? Das passt nicht, Dusty. Mach dir keine Sorgen. Zeug vorsichtig fahren. Hör, ne? Aua. Blöde Drecksau. Ja, du komm, lass mich mal hier weiterfahren. Hä? So, und nu? Mhm. Öh. Bobb den einfach weg da. Was machen die denn? Nicht bewegen. Okay, Jungs. Hassans Männer riegeln die Gegend ab. Ich leite das Videosignal zu euch um. Mögliche Verstecke sind markiert. Fahrt langsam und bleibt außer Sicht. Hä? Hä? Okay, Dusty. Sie verschwinden. Sie blockieren die Straßen. Rechtsauswalten. Das Fundament als Dicken. Langsam nicht so schnell. Wie, ja. Heißt den Autos aus. Ihr gehört zu sehen, ich habe. Ihr habt uns gesehen. Gib Gas. Ja, was Zeug geht? Das ist ja hier. Reacher, da kommt jemand verdammt schnell auf dich zu. Ja, ja. Wir sind los. Ja, aber hier ist alle volle Hütte. Haha, Kicher. Wie gesagt es? Zu rechts. Verstanden. Der W ist hier, wo es lang geht oder was? Wo muss ich denn überhaupt hin? Ach, die fahren im Kreis. Reacher auf 9 Uhr. Verstanden. Ja, das ist eine Straßensperre. Nu? Und ich muss Feuer rinnen. Ah, okay. Auto auf 12 Uhr. Roger. Safe. Los, gib Gas. Halt, halt. Halt, halt. Er sieht uns. Du hast ein Auto im Nacken. Da kommt noch ein Auto. Verstanden. Ne, scheiße, halt. Achtung. So, Christoph, ein Sack, Alter. Ja. Lass mich locker. So. Komm her. Ja. Ja, das ist schon mal. Bring lang. Links, rechts. Links, war. So, dann zeig ich das System noch nicht verstanden, aber ist mir egal. Wasser und Smetter. Lass dir Zeit. Wie weit, bis sie los sind, verstecken wir uns. Mahlzeit. Richard, du hast einen neuen Schatten. Achtung, da kommen noch mehr. Das hat wir getan. Ich weiß immer noch nicht, wo ich hin muss. Das ist das Problem an der Sache. Ruhig, Creature. Ruhig. Warte hier. Warte, bis er vorbei ist. Also ich muss nach rechts auf jeden Fall. Alles okay. Hier warten wir. Wohngebiet Ausfahrt. Aha. Da muss ich also hin. Bleib stehen. Okay. Hier können sie uns nicht sehen. Ja, ja. Fahr jetzt einfach mal. Er ist außer Sicht. Fuck, da kommt einer. Verstanden. Verstanden. Wie soll ich denn das machen? Halt. Halt. Ja, doch. So viele Autos hier. So, der fährt runter, der fährt rüber. Da fährt noch, äh, gucken wir alle. Warte, bis er vorbei ist. Kommen uns ja alle entgegen hier. Fährt der jetzt hoch? Nee. Gut. Dann kommen wir hinterher. Okay, okay. Hier können sie uns nicht sehen. So. Fahr ist wohl, wie lange muss. So. Ich soll ihn die weiterfahren. Wie sieht's aus, Dusty? Weg ist frei. Roger. Langsam, Preacher. Nee, kann er fahren. Nicht so schnell, Jungs. Verstanden. Richard, Assands Leute nähern sich. Verstanden. Alles klar, los. Okay, los geht's. Langsam. Nee, nicht langsam. Kann hier in den Lehm weiterfahren. Kick mir, kick doch in meine Richtung. Jetzt kann ich weiterfahren. Robo-Musik hier links ab. Auto auf 12 Uhr. Verstanden. Musik rechts. Langsam. Jetzt fahrg ich hier in das Safety drin. Äh. Guck jetzt mit vorbeifahren. Weiß dich zusammen. Lass dich, was ist los? Alles klar. Ja, los. Verstanden. Lütz die Uhr als Wickel. Oh. Ihr habt die Ausfahrt blockiert. Habt ihr eine neue Route geschickt. Ist ja witzig, Alter. Wie oft muss ich das hier so machen? Alles okay, hier warten wir. Na, das wird ja noch Lust, die Mission hier, wa? Holla, die Waldfee. Wie sieht's aus, das Ding? Weg ist drei. Los, gib Gas. Das Ding, sind wir sicher? Nee, sind wir nicht. Dort kann ich wieder sehen. So, jetzt aber. Vorsichtig, ganz so aufwärts. So. Pass ans Männer, lass dir Zeit. Nimm das Fundament als Deckung. Ja, fahr schön vorbei. Bleib stehen. Gute Arbeit, Preacher. Gib Gas. Ja, ruhig gemacht, wa? Und nu? Fahr mal hier weiter. War einfach geradeaus weiter. Mann, den wir auch nicht gelöst haben, wa? Verbindung ist weg. Da wieder auf die Shakespeare jetzt. Wo soll ich hinfahren? Shake, shake, shake. Lass sie, wir fahren zurück auf den Freeway. Ach, guck mal, meine Freunde. Ach, ich bin klar. Ja, und weiter? Eja. Ö, 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 ö. Tunnel fahren. Und tschüss. Okay. Tunnel fahren wir. Bäm, Alter. So. Und du kriegst Urgleich noch eine. Verlier den Abblick. Sieht zu, dass du es zur anderen Seite schaffst. Ja, ja. Ja, Roger das. So, mal hier schön frontal rein. Drasch. Cool, Bruder. Yeah. Cool, Bruder. Cool, Bruder. Oder Bro, wie es heutzutage heißt. Nicht so lange an. Pass auf. Wett, 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 wett. Ich muss hier durch. Ich hab's eilig. Nach rechts. Benutzt die Baustelle. Benutzt die Baustelle? Ah. Wir fahren den LKW vorbei. Ja, du. Ich fahr nur nicht durch. Ich glaube, wir haben sie abgehängt. Naja. Lasti, bist du da? Roger, ich darf nicht. Ablinken steht wieder. Du musst das Auto wechseln. Du bist gleich am Parkhaus. Check dein GPS. Roger. Roger, fahr zum Parkhaus. Es kommt nach 500 Metern links. Aha. Sobald du das Auto gewechselt hast, bist du in Sicherheit. Echt? Langsam. Okay, da links ist die Einfahrt. Äh. Hier? Nö. So, da sind wir. Gute Idee. Auto ist eh Schrott. Haha. Und weiter hier die wilde Fahrt. Hier ist das Schatten. Such uns einen Weg hier raus. Stecken fest, dass die... Auf der anderen Seite geht's raus. War nach oben. Reacher noch auf. Oberste Ebene. Ja, ja. Oberste Ebene? Da guckt man raus. Das kann ich mir noch gar nicht vorstellen. Okay, jetzt geht's eine Weile geradeaus. Okay. Hier rechts. Rechts? Gut. Sonne. 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 Der Sonne ist griechen. Er ist hier runter. Roger. Ich habe euch im Auge. Fahr weiter. Und Leute, wie Parkhäuser hasse. Mit so engen Kurven. Ja, alles unter Kontrolle. Ich muss bloß mal kurz zurücksetzen. Wenn ich das denn darf. Ja, komm. Ist gut. weiter geradeaus. Fahrt schon von heißen Reifen hier, wa? Weiter geradeaus. Geh weg. Geh weg. Hab ihn. Die Karre alle zu aushält, wa? Unbegeistert. Rechts, Abi. Ja, ja. Die Sonne. Wir fahren jetzt wieder runter. Warte. Ich habe euch im Auge. Fahr weiter. So, dem müssen wir jetzt die Kontos ausweichen. Achtung. Ja, ja. Richard, du hast einen neuen Schatten. Wie sie dich bei uns verringen. Tolle Show, P. Basti, bringen wir uns aus der Stadt raus. Wir müssen zum sekundären Exfitrationspumpen. Aui. Wir sind sicher. Nicht, wenn ich hier weiter so wild fahre. Achtung, da kommt er. Ja, was ist mit dem? Ich fahre jetzt einfach drauf auf den. Links, was hat er gesagt? Links, zieh rüber. Reacher, da kommt jemand verdammt die Welle auf dich zu. Verstanden. Da kommt noch einer. Ich wusste, du würdest das sagen. Ich hab ihn gehört, Preacher. Ab in den Sturm. Jo. Da kommt er wieder. Ja, ja, lass ihn kommen hier. Muss hier durch. Weg hier. Ihr müsst ihn abschütten. Ja, nicht so einfach. Der fährt auch ganz guten Reifen. Ich kann ihn nicht aufhalten. Ja, ja. Ich versuche das nochmal. Ich glaube, ausweichen bringt bei dem nichts. Einfach weiterfahren. Und fahr ihn. Ja, ja, ja. Das darfst du nicht zulassen. So, jetzt sind wir durch. Jetzt sind wir vorbei. Nee, doch noch nicht. Scheiße. Jetzt ist ein Uni durch hier. Schweinebacke. Naja. Pass auf, diese Idioten auf. Nee. Da ist die. Ich hab dich verloren, Alter. Die Drohne muss wegen der Schuss. Abwiedrigesiedposition. Komm schon, Preacher. Gib Gas. Ja. Der Typ nervt echt. Ich sehe nämlich nichts. Das ist das Problem an der Sache. Wenigstens die Fahrbahn sehen würde, ja. Also, hier so. Wo ich langfahren muss. Da ist die. Hast du unsere Verfolger auf dem Schirm? Negativ mit dem Spiel. Satellien vermutlich auch. Vielleicht haben wir das gebracht. Was ist nach hinten los? Ja, fahr nach links. Fahr nach links? Fahr nach links. Oh. Ach, schön. Ich denke, er ist weg. Gute Arbeit, Richard. Ja, ja. Haben wir gut gemacht. Roger, es sieht gut aus. Kommt so schnell, es geht zum Exfiltrationspunkt. Abfliege, nächstes Mal. Woll. Der Auto sieht übel aus. Seid ihr okay? Na ja. Das ist in der Sicherheit. Das ist dann halt da hinten sicher. Viel Spaß. Das ist ein Mensch. Michael, du hast da hinten gewöhnt. Das ist auch wichtig. Oh! Oh! Ich bin ein Mensch. Oh! 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 Es tut mir schocken!